ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir lucia dragon mehre ganz schnell muss schon wieder zum abendienst und später das heißt ich zeige euch mal was ich bestellt habe bei amazon ein roboterfilm mit künstlicher intelligenz finde ich immer nicht schlecht auch wenn ich mir ziemlich sicher bin dass uns das mal zum verhängnis wird aber ich hoffe da gebe ich nicht mehr dann eine serie der ranova mit dinosaurien habe ich auch überhaupt nicht gern merkt man gar nicht auf den film bin ich stolz der war jetzt auf 9,99 heruntergesetzt ant man marvel der kommt dann im neuen captain america drin vor und da ich mir den im kino ansehen will brauche ich den weil der kommt ja dran vor und da ich die comics nicht kenne muss mal die filme anschauen dann mal was ganz untypisches für mich mein freund der wasserbrache bin gespannt wie der wird der trailer war nicht schlecht und bin auch sehr gespannt ich habe harry potter recht gern also den schauspieler naja naja ok harry potter hatte ich gern den schauspieler hat mir voll besser gefallen als jetzt habe ich es wollte die frau in schwarz ist ein horrorfilm habe ich auch recht gern muss ich halt nicht unbedingt immer nur horrorfilm actionfilm ist immer lieber dann habe ich noch gekauft also zusätzlich bestellt ein plüsch plurak das kommt aber erst viel später weil das wird aus jahr ich habe dann die adresse also das sind fünf dvds vier filme und eine serie ich habe mich bisher noch nicht so viel serien interessiert muss ich sagen außer pokémon aber das ist auch total entspannend geworden aber wenn man die filme anschauen muss man die serie gesehen haben ich bin sehr gespannt wie der wird ich hoffe euch hat das kurze video gefahren ich bin sehr gespannt wie der wird ich hoffe euch hat das kurze video gefahren wir haben jetzt dass ich dann beim schneiden keine probleme hat wir haben jetzt den 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 19 also zwei tage nach der baffigen geburtstag 19 der vierte hoffe ich hätte das video gefallen und ich sage euch dann irgendwann wie mir die filme gefallen haben und wenn ich sie mir angesehen habe aber ich glaube den scheuen wir jetzt dann bevor ich wieder zur arbeit gehe weil ich habe eine sehr lange schöne mittagspause und beim essen brauche ich irgendwas zum anschauen und youtube videos gibt es um die zeit noch nicht wie spät haben wir es ja kurz vor zwölf war schon arbeiten und muss dann wieder aber erst um halb fünf fange ich wieder an das heißt ihr müsst jetzt schön ausgehen ich hoffe euch hat das video gefallen und sehr lange tschüss bis zum nächsten bis zum nächsten